Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play D. Sims 4 ist natürlich falsch und zwar Emergency 4 LA Mod heute und wir werden hier mal direkt den Verletzten versorgen mit einem IMS. Und ich bin mal gespannt was heute in dieser einen Stunde so passieren wird. Der Mod ist ganz interessant finde ich. Und der hat sehr viele gute Neuerungen genauso wie der ERS, also wie der Berlin Mod, aber der ist halt ein bisschen älter. Also bin ich mal gespannt was denn da passiert. So wo ist denn die verletzte Person? Ja wo ist denn die? Leute? Yeah, ich hab 35.000... Ach da! Da ist er. An der Toilette. Okay, sie ist noch nicht vernehmungsfähig bzw. abtrapportierbar. Also wie gesagt, das ist ein super Mod. Seht euch diese Fahrzeuge an. Also das ist mit einer der geilsten Wagen, die du, äh, runterladen kannst. Die man runterladen kann, wie auch immer. Also das ist super geil. So, ich entschuldige mich immer noch für Huster. Ich hab immer noch Halsschmerzen leicht. So, perfekt. Die Person kann abtransportiert werden. Äh, so. Dann, äh, geht mal. Sehr schön. Na los, komm! Yes. So, ab zum Krankenhaus. Das Krankenhaus ist hier. Da fahren die, äh, da fahren die vor. Und dann werden die ausgeladen, die Leute. Das find ich richtig cool. Das zeig ich euch jetzt mal. So, da fahren sie rein. Und dann steigen die aus. Und dann wird die Person da reingebracht. Und dann fahren die, ja, raus. Und dann ist das Ganze vorbei. Das find ich richtig cool. Okay, los. Ich bin bereit für neue Einsätze. Ah, ich sollte mir mal vielleicht einen Polizeiwagen anlegen. Ähm, vielleicht hier nehm ich mal so einen. so einen coolen. So ein SUV. Find ich ganz cool. Ähm, ja. Da, guck mal, da brauchen wir auch schon mal direkt. Sehr schön. Äh, hier haben wir direkt ne Engine frei. Äh, so. Die kommt direkt hier hin. Wird direkt da hingebracht. Und der Polizeiwagen kann diese Person hier mal ein bisschen verhaften. So. Das find ich richtig cool. Also, die Mod hat einige sehr geile Sachen. Die andere Mods nicht haben. So. Zum Beispiel halt dieses direkt verhaften. Das seht ihr jetzt. da. Oh Gott. Oh Gott, was passiert da? Was passiert da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die Person hat... Oh Gott, oh Gott. Was geht denn jetzt gerade ab? Ähm, also, wir haben hier noch einen Brand, einen größeren. Da werde ich mal hier direkt zwei Engines hinschicken. Denke, das ist ein bisschen wichtiger. Nee. Fuck. Okay, hier brauche ich auch noch mal eine. Denn, äh, diese Person, die da gerade... Oh, scheiße. Egal. Ähm. So, die kann schon mal weg. Und hier werde ich mal, äh... Ach, nee, brauche ich gar nicht. Oh Gott, das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert. Hier. Das ist gar nicht gut. Denn, äh, hier brennt gleich der ganze Wald an. Und das, äh, möchte ich eigentlich nicht. Das ist nämlich ein bisschen scheiße. So, äh, äh, grabt mal hier ein paar Schläuche und dann, äh, geht mal hier an irgendeinen Schlauch dran, hier. So, ich denke, das kann diese Engine alleine hier machen. Denk ich jetzt einfach mal. So, und hier sollten die mal direkt anrüsten. So. Okay, die sind auch schon da. Die sind auch schon da. Das heißt, ich stelle mal eben den hier hin. Auch einmal Auto ausrüsten. Die bisschen stelle ich hier hin. So. Und auch einmal Auto ausrüsten. So. Sehr gut. Na los, geh da hin, Mensch. Und ihr auch. So. Wie sieht's hier aus? Oh Gott, das ist geht eigentlich außer Kontrolle. Das ist gar nicht gut. Die sollen mal... Ne, warte. Du musst natürlich auch noch irgendwo dran. Ähm. Haben wir hier noch irgendwo so ein... Haben wir noch irgendwo da? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, aber renn doch nicht durch das Feuer. Ach Gott. So, ihr müsst auch einmal ein bisschen näher kommen. Okay. Oh Gott. Ich sehe hier sehr, sehr Schlimmes. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ich sehe hier gerade sehr, sehr schlimme Sachen. Oh Gott. Die dürfen nicht zu nahe kommen, weil sonst explodiert der Wagen. Und das wäre gar nicht so schön. Ich glaube, ein Wagen, der kann gleich mal hier hin, weil ich glaube, das verbreitet sich gleich dahin. Und das ist gar nicht so schön. Okay. Das ist natürlich jetzt wieder sehr schön, was hier anfängt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Engines, die können hier auch gleich direkt dann weiterfahren. Das ist, äh, gar nicht mal so scheiße. Äh, gar nicht mal so so gut. Das wollte ich sagen. Ganz bestimmt. Ah, das hier ist immer noch. Aber weiter, was ist mit dem Busch los? Holy Oh nein, oh nein, der Busch hier brennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ahne Schlimmes, Leute. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott, Leute. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr, sehr Schlimmes. Wenn sich das hier weiter ausbreitet, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das möchte ich eigentlich nicht, ein Riesenproblem haben. Okay, das ist ja sowieso hier ein Riesenproblem, aber... Ähm... Ich schicke die mal etwas weiter vor. Wobei zwei Leute... Können mal hier hin. Und schauen, ob die da irgendwas haben. So. Die können mal hier hin fahren. Und... Dieser Leiterwagen... Ah, dieser Engine fährt jetzt mal da hin und schaut nach, was da los ist. Ah, hier ist ja fast sogar schon alles gelöscht. Ich glaube... Ich glaube nämlich, dann brauchen wir die andere gar nicht mehr. Die Engine hier. Ich glaube fast gar nicht. Ne. Sehr schön. Kannst du nach Hause fahren. Vielen Dank. Obwohl, nee, du kannst noch da unten fahren. Ich glaube, da wirst du, glaube ich, mehr gebraucht. So. Ganz schnell, Autoausrüstung. Ähm... Bitte natürlich mit... Horn. Sonst bringt das alles nichts. Da hinten brennt ein Busch. Da sollte... Sollten die beiden mal eben hin gehen, weil, äh... Sonst bricht da auch gleich was aus wieder. Sehr gut. Die rüsten sich jetzt mal eben da aus. Und schauen mal, dass die das Gebäude hier halbwegs mal, äh... gelöscht bekommen, weil anscheinend schafft der... Feuerwehrwagen, das ist nicht alleine. So. Sitzt da keiner drin? Doch. So, einmal verteilen. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott, jetzt brennt auch noch das da hinten. Na toll. Ich denke, das ganze Viertel ist erstmal, äh... beschädigt. So. Äh... Der SUV bleibt erstmal da. Ich... Bestell nochmal eben ein paar mehr Polizeiwagen. Ich glaube, so einer ist noch ganz geil. Und, ähm... Hier so einer. So ein, äh... Caprice. Haben die hier keinen Caprice? oder sowas ähnliches. Das wird auch ganz cool. Ähm... Haben die aber anscheinend nicht. Patrolcar. K9 Unit. Hm. Ja, komm. Äh... Sheriff Department haben wir jetzt eigentlich nicht und brauchen wir eigentlich auch nicht. Äh... Port Patrol. Ja. Brauchen wir auch nicht. Anmarkt. Ja, nee. Ich, äh... bleib mal hier und, äh... besorg mir noch einen, so einen Charger. 1097 in die Area. So. Und... Der geht jetzt mal auf Patrouille. Die beiden besser gesagt. Oder soll der mal auch auf der Wache... Nee, komm. Die sind immer noch an dem Haus beschäftigt. Ja, das ist doch mal was. Okay, ich glaube... Äh... Die können mal hier eben hinfahren. Und wenn das... Die Garage hier gleich fertig ist, dann... Können die auch... hier abrücken. schon mal Platz hier... für die... Leute. So. Sehr schön. Hier werden die nämlich gerade eher... gebraucht als... das hinten. Sinn. Sehr gut. Die können auch einmal da hinten hin... und schauen. Sehr gut.